Das Kind auswählen, ah hier können wir noch, das können wir hier vielleicht mal gerade am Anfang noch, Samurai, den Kommissar, Skelett, den Bussard können wir uns noch nicht leisten, den Kommissar können wir uns leisten, müssen wir nicht extra zum Händler gehen, können wir hier gleich mal beginnen, den Kommissar können wir uns leisten, auch das Skelett könnten wir uns leisten, aber wir kaufen uns erstmal den Kommissar, sehr schön, den können wir uns jetzt nicht mehr leisten, spielen wir als Kommissar heute, Einkaufsbein, es geht hier gleich zur Sache, aufgepasst. Oh ja und wir müssen hier nur mit S und D müssen wir hier steuern und die Lehrtaste ist der Höhenversteuerung. S und D und die und das hier und dann und ein Gargoyle steuern. Ja wir werden jetzt hier den ersten Run natürlich, kann das wirklich gleich vorbei sein, werden wir gleich tot sein. Wir werden hier noch ein paar Tode hinlegen, 300 Tode werden wir hier heute noch erdulden müssen, ganz sachte, oha. Da wird es jetzt hier mal ein bisschen konzentriert. Oh bisher gut, ach verdammt, ich darf das doch nicht zweig geben. Verdammt passiert es. Ich verbessere mich aber. Wäre auch schlecht, wenn nicht. Oha. Na komm. Oh verdammt, oh verdammt. Kritisch. Oh nein. So schaffen wir das nie. Wir dürfen nicht mehr so viel kassieren. Warst du beim letzten Stream jetzt dabei, Noah? Hast du das beim letzten Mal gesehen? Ich habe das ja am Ende, am Ende des letzten Streams habe ich das ja schon ein bisschen versucht. Die ersten Versuche waren im letzten Stream schon da. Na. Bisher auch noch Schaden. Sehr schön. Da hört es auch schon auf. Mit sehr viel Concentration kann man das hier schaffen. Na. Bisher doch gar nicht so scheiße. Puh. Hier sind die ganzen Häuser am Weg. Verdammt. Tödlich. Tödlich. Wir sind über den Friedhof. Ja, wir sind die ganze Zeit auf einem Friedhof. Aber hier. Auweil. Na komm. Sieht doch hier schon final aus. Soweit waren wir noch nie. Ich glaube im letzten Paar haben wir es schon einmal so weit geschafft. Aber das liegt doch hier schon. Ich vermute es ist erst Halbzeit. Aber ja. Wir werden es sehen. Ausweichen ist hier die große Kunst. Na, den Anfang kriege ich doch mittlerweile schon. Der Pfixchen. Das muss man auswendig lernen und dann ausweichen. Mit S und D. Konstinkter in. Hindernissen ausweichen. Ja, wie gesagt. Das wird es immer noch ein bisschen brauchen. Bis wir das schaffen. Aber wir spielen ja zwei Stunden. Bis 20 Uhr, wenn wir da stehen. Bis 20 Uhr schaffen wir das irgendwann. Wird irgendwann frustriert. Umschreien und die Tische in zwei hauen. Ich werde stöhnen und aufgeben wollen. Aber wir versuchen das jetzt irgendwann. Irgendwann beim 3. Versuch werden wir es schon hinkriegen. Durch Zufall. Das klappt bei mir immer durch Zufall. Gerade so. Mit nur noch einem KP. MHP am Ende. Durchs Finale-Turm. Und gerade so. Wirklich immer eine knappe Nummer. Wirklich immer. Hier sind wir. Ich wüsste gern, wie weit es hier geht. wir etwas nachdem wir noch schaffen müssen wird natürlich immer schwieriger okay sieht gut aus wir haben es geschafft geht doch am schaffreich hoch soll jetzt wieder fliegen so der kommissar den kracht geflogen hat kommers haben kein jack so sehr gut ich brüche meinung nimm das zu über großer steinhaufen gut ich hätte gedacht dass wir das nicht dass wir da noch ein bisschen weiter brauchen hatte ich erwähnt dass ich gar nicht hasse weil ich gar nicht mich hasse sie so sehr so mal ein bisschen heilung und ein speicherpunkt sehr gut haben wir das geschafft hätte ich nicht gedacht dass ich da so blöd bin dass das so schnell schaffen aber der weg war ja auch nicht zu lang habe ich mich halt im letzten stream am letzten paar da bin ich angestellt so was gibt es hier ja ja mal den friedhofswächter wieder zu sehen du schon wieder das darf doch nicht wahr sein wie hast du es geschafft vor uns hierher anzukommen friedhofswächter geheimnis warum frag ich überhaupt ja ist ja auch egal dass mich durch inzwischen doch wissen dass das das nicht einfach so geht dass mich hat noch eine prüfung das ist ja noch ätzende das ist ja noch ätzende du musst diese ganzen alten grabsteine für mich beiseite schaffen was wieso ich bin nur ein kleiner friedhofswärter ich habe sonst keinen platz mehr für neue gräber du bist doch hier um die welt in schutz in dasche zu legen ich werde den platz gut gebrauchen können du musst nur diese ganz alten grabsteine aus dem weg räumen ist ganz einfach wenn du damit fertig bist werde ich das tor für dich öffnen es gibt eine stelle über die du auf den friedhof gelangst seit wann bist du eigentlich jemand jemand jedermanns lauf bursche ok na dann haben wir eine lästige side quest zwar die die grabsteine müssen wir entfernen ok alles klar nun die rot leuchtenden die anderen sind fakultativ hier werden wir angegriffen erst mal den skelett aus dem weg schaffen ach so eine tote seel hier schon wieder von der wir nicht wissen wie wir die besiegen zurückkommen wir darauf auf den friedhof zu nicht ich glaube hier müssen wir einfach ausweichen der berührenden seele hier noch einen hier noch ein ach 11 müssen wir noch ok da ist der friedhof dann kommen wir auf den friedhof mit dem kürbis alles klar wo häng ich jetzt hier fest hier häng ich fest da kommt der kollege wieder neun acht sieben der wird es abhalten fünf fünf fehlen noch jack vier sowas gibt es hier zu sehen ok jetzt runter ich werde mal kurz jetzt einen krän schnabel ach hier ist auch noch noch drei habe ich den krän schnabel eingesammelt haben wir sehr gut also weiter also weiter bist du auch noch ein krän schnabel ne das sieht nur aus das sieht nur so aus das ist ein luftschwebender stein das blockiert ja hier den eingang so drei müssen wir noch drei an der zahl gut hier haben wir ja den kollegen doch nicht gleich den kopf verlieren aber ja hier sind so viele grabsteine jetzt zertrummern wir sie von mir aus das dauert aber hier ein bisschen länger ich verstehe nicht was müssen wir hier tun die roten nicht oder was ach so okay dass die namen drauf armenius smith nur karmann müssen wir gleiche und gleiche finden oder was anakin japan anakin japan 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 gibt es der doppelte japan ein japan gefunden. Nice. Hallo Mary. Willkommen im Chat. Arbus. Cool. Das ist Anakin. Leia. Cool. Luke. Yoda. Hector. William. Elizabeth. Jack. Na, wer kennt die Anspielungen? Michael. Jim. Pam. Und Dwight. Cool, cool, cool. Ach, das sind noch bestimmte Anspielungen. Aber was müssen wir jetzt? War es nur Termine zusammen? Oder ein Talion Stumble? Müssen wir jetzt hier irgendwie... Ja, und Anakin. Und was müssen wir hier machen? Hm. Okay, vielleicht ist das einfach nur ein Easter Egg. Zu angucken. Und zum Erkennen. Geht es da drüben weiter? Und was ist hier das Rätsel? Hm. Klickt das einer von euch in den Kommentaren? Im Chat meine ich. Jacks. Jack. Ferro. Harry. Anakin. Die haben ja keine Verbindungen zueinander. oder ist das irgendwie... Da müssen wir da doch irgendwelche Verbindungen finden. Ah, Harry. Mensch. Check oder so. Das ist ja hier. Macht ja keinen Sinn. Check mit Elizabeth. Ich verstehe es nicht. Ist da irgendwas, was ich blicken muss? Was ich hier kombinieren muss? Grabsteine kriegen wir jetzt nicht wirklich zerstört. Hm. Ich komme mal hier wieder raus. Was ist das Rätsel? Ist das Lösung? Da ist ein Grabstein, die wir noch zerstören müssen. Da haben wir jetzt verkackt. Hätten wir auch noch lösen müssen, bevor wir hier weiterkommen. Oder was? Ist hier jetzt in einem Grabstein, den wir auch noch hätten... ...müssen. Was, wenn ich jetzt hier aufs Menü... ...werden wir einen Safepoint... ...nach dem Gargoyle... ...und jetzt neu starte... ...ja, sehr gut. Können wir das nochmal machen. ...und dann nochmal die Quest anheben. Sekunde, wir kennen die Quest. Erstmal 16 Grabsteine für zerstören. Ist ja nicht zu schwer. Der Kollege muss noch... ...das weiß ich nicht, ob wir den Kollegen irgendwie ausschalten können. Hm. Jetzt sollte ich erst mal auf die Grabstein konzentrieren. 12... ...11... ...10... ...9... ...8... ...da unten war noch einer. Die haben wir allerdings schon eingesammelt. Scheiße, wie dann war sie hier. So. Der Kollege hier schon wieder. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Trip-Check. Haha. Noch drei. Nur noch zwei. Das ist der Grabstein von Jake. Zwei haben wir hier noch zu finden. Ein bisschen. Ein bisschen bevor wir auf den Friedhof gehen. Da haben wir noch zwei. Einer noch. Null. So weit, so gut. Jetzt musst du nur die Sache mit dem Kopf machen, schätze ich. Aha. Okay. Ähm, ja. Und auch jetzt. Guck mal nicht. Oho, Jake. Hallöchen. Schön dich wieder zu sehen. Duschen wieder. Das darf doch nicht wahr sein. So, das ist die beste hier. Du musst die ganzen alten Grabschnelle für dich bei Seite schaffen. Ein kleiner Friedhofswichter. Ich hab doch alle abgeräumt. Hm. Also doch. Doch, mit dem Kopf irgendwas tun. Dann weiß ich aber nicht was. Du nimmst dir echt die Hammer-Sense von Dorr? Ja, tatsächlich. Oh, Friedhof. Gutes Level. Die Pop-Kultur-Referenzen mag ich sehr. Ja, die Grabstände haben wir gerade schon gesehen. Aber... Da bin ich gerade nicht weitergekommen. Hallo, Modi übrigens. Modi's Gaming Skittles. Wenn du einen Tipp hast, Modi. Haha. Kannst du mir ruhig verraten. Ähm. Ich hab jetzt keine Ahnung, wie ich bei den Grabständen hier weiterkommen. Wenn so viele Grabstände zertrümmern wir sie. Er scheint nicht zu gehen. Dann haben wir hier diese Anspielungen drauf. Hier haben wir Jack. Elisabeth. Hier haben wir William. Hier haben wir Hector. Müssen wir die in irgendeiner Reihenfolge anstoßen? Oder... Wie geht das aus? Von Hermine und Albus. Von Hermine und Albus. Von Hermine und Albus. Das hatten wir gerade schon. Dann... Macht das irgendein Sinn, dass wir die in einer richtigen Reihenfolge anstoßen? Oder was von uns hier gewollt? Memory Style. Das hat kein Memory. Das ist ja... Da hinten ist Harry Potter. Da vorne ist Jack... Äh... Ist hier... Durch der Grabig. Dann kommt... Dann... Ne... Davor kommt noch Star Wars und was auch immer da in der ersten Reihe ist. Das kenne ich nicht. Memory hat das... Das passt ja keiner zueinander. Was ist das? Seien wir wollen Harry mit Dumbledore. Es ist ja keiner gleich. Und hier haben wir Harry. Harry mit Hermine. Und Ron mit Dumbledore. Scheint falsch zu sein. Harry mit... Aber das macht keinen Sinn. Harry mit Dumbledore. Ist auch falsch. Das Licht hier. Ron Termin ist auch falsch. Was ist... Nachnamen merken und zusammensetzen. Achso, ich guck hier die ganze Zeit auf die Vornamen, weil das... Das coole Anspielungen sind. Deshalb... Nachnamen. Wilson. Stimmt, hatten wir nicht noch jemanden, der Wilson heißt. Ron Wilson und... William Wilson. Ach... Lass mich dadurch ablenken, wer das... Ach, verstehe. Ja, und ich lass mich hier... Verstehst du? Mordi, ich... Ich lese da Ron, Harry und Hermine und Dumbledore. Und bin da natürlich so ein Nerd, dass da... Verstehst du? Das ergibt keinen Sinn. Ron und Hermine ergibt natürlich Sinn. Und Jake und... Elisabeth ergibt irgendwie schon Sinn. Aber... Auf die Nachnamen wäre ich nie gekommen. Damit kriegst du mich. Halmon. Volker. Johnston. Smith. Smith. Warncar. Okay, Albus Warncar. Den hatten wir hier. Da war noch ein Wörter. Halmon hatten wir hier. Ne, Johnson. Smith. 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 Michael Smith. Und... Hermine Smith. Ja, habe mich auch eine Weile damit aufgehalten. Ja. Und wait, Ferro. Ferro, McCoffen. Und... Ferro haben wir hier. Ferro und... Ferro. Sehr gut. McCoffen. McCoffen und McCoffen. Da auf ein Schluck Kaffee. Ist doch warm. Dufont. Johnson. Halmon. Dufont ist hier. Dufont. Was ist Dufont? Selten wir es. Johnson. Johnson. Ja, Johnson. Sehr gut. Ich habe mich gut gemerkt. Und jetzt noch die beiden, würde ich sagen, oder? Halmon. Und Halmon. Geschafft. Ich hoffe, wir haben niemanden aufgeweckt. Unscher freigestattete Totenruhe. Fehlanzeige. Sehr gut. Na, da hätte es mich... Also wenn Motti nicht den entscheidenden Hinweis gegeben hätte, hätte ich mich dann noch... Stunden aufgehalten. Also auf die Nachnamen wäre ich nie gekommen. So, ich bin da so abgelenkt von... von den Filmreferenzen. Ihr versteht. Da war das K von Jack. Es brennt jetzt. So, wo geht es jetzt weiter? Co-Jogbit GTA. Was soll er machen? Jetzt sind wir hier durch wieder zurückgelaufen. Ein kleiner Safepoint. Ach, da ist auch schon der Kollege. Ach, schade, dass wir ihn nicht angreifen können. Wenn wir den Kollegen besicht kriegen, weiß ich auch noch nicht. Aber erstmal weiter hier. Ach, da haben wir durch den nächsten Safepoint. Aha. So, Safepoint. Save the point. Hier geht es weiter. Die Rippe vor uns. Wer möchte ein Rippchen zum Mittag. Eine Runde geht noch. Wer käme den Kandidaten mehr besiegt? Der lässt sich diese Gäste nicht ganz schwer besiegen. Die sind ja tödlich. Aber wir haben es mit euch besiegt bekommen. So schlimm ist es nicht. Hier Weinung. Ich habe übrigens heute das hier. Das Kommissar-Outfit gekauft. Von den Krähen-Schnäbeln am Anfang des Streams. Und ich habe noch die... Und ich habe die... Wie heißt das? Sie sind nur verwundbar, wenn sie angreifen. Ah, okay. Wir haben sich ja bemerkt. Ich habe mich besiegt. Hier die... Sicher hier die... Nicht sicher, sondern... Ich sag schon, wer ist das Gerät? Die Sensor. Die Webar-Sensor. Der Sensor. Der Sensor-Man kommt. Ich könnte auch das Sprechende Schwert nehmen, aber... Jetzt habe ich den Ernst am Satz. Deshalb kämpfe ich jetzt mit der Sensor. Die Kanone finde ich ja besonders blöd. So... So... Ich nehme mal rüber. Ok, schnell Weg gesammelt. Können wir uns bald mal das nächste Outfit kaufen. Es dauert wohl noch ein bißchen. Müssen wir hier den... Ne, müssen wir nicht den Griffi losschneiden. Wirklich, du machst unges vegane Shotgun nicht? Ne, absolut nicht. Wir haben hier die Schaufel, das was ich gerade habe, die Shotgun, das entsprechende Schwert und den Speer. Also ich finde das entsprechende Schwert und das hier am besten. Ich finde das passt am besten zu Jake, die Grim Reaper. Oh, das ist eine Sache hier. Der Sensen-Mann. Sensen-Mann nochmal. Das entsprechende Schwert ist auch nicht schlecht. Das haut auch nicht rein, damit kannst du halt hier solche Sachen machen. Warte, solche Sachen hier. Von oben. Warte. Das finde ich halt gut, aber... Die ist halt scheiße, weil es macht für mich keinen Sinn, dass du halt hier... Das ist eine Nahkampfwaffe, aber eine... Aber eine... Das ist... Kannst damit nicht... Kannst damit nicht weit schießen. Das ist... Eigentlich ist das eine weit... Eine Fernkampfwaffe. Ne, ich nehme die hier. Ich bleib bei der hier. Die finde ich am coolsten. Damit kriege ich am liebsten eine... Meine Lieblingswaffe. Bisher. Wer weiß, was da noch so kommt. Ah, jetzt hier wieder ist ein Brand gesteckt. Muss die ja sein. Wäre ja langweilig, wenn es mal nicht brennen würde. Oh weh, die Höhe bekommt mir gar nicht gut. Du bist ein Kräher. Ein verdammter Vogel. Das ist so. Seilrutsche. Juhu. Seilrutschen sind cool. Habe ich mal selbst einer ausprobiert hier im Kletterpark. Seilrutschen im Kletterpark. Das ist wirklich nicht schlecht.